Hallo meine Lieben, willkommen auf meinem Kanal von MB Offiziell. Wie gesagt, es hat sich einiges getan in den letzten Tagen. Infos zu meinem Parfüm, die Pressmeldung ist heute veröffentlicht worden von mir. Der Shop wird am 1.8. veröffentlicht. Wie gesagt, das läuft auf Hochdruck. Die letzten Kontrollen sind gemacht. Die Produkte vom Labor sind unterwegs, die Sticker sind unterwegs. Ein großes Lob an meinem Webmaster, an den Jonas. Danke, echt top Arbeit. Kleine Ausdrücke oder kleine Eindrücke habt ihr gleich kurz. Hier oben poste ich dann auch mal den Link vom Shop rein. Wie gesagt, man kann gespannt sein, was da jetzt so alles passiert, was da jetzt so alles kommt. Wie ich schon erwähnt habe, es ist in den letzten Zügen. Ich freue mich, wie gesagt, Parfüm kann vorbestellt werden. Fragen, Anregungen gerne in die Kommentare. Und da sind wir mal gespannt, was passiert. Also wie gesagt, ich freue mich. Und ihr hört von mir. Ciao.